Mein Name ist Robin und meine Position ist Fabrik und Logistik. Begeistern tut mich vor allem die Vielfältigkeit der Logistik und die abwechslungsreichen Projekte. Loxo macht für mich einzigartig besonders der Team-Spirit und der Zusammenhalt. Ein Event für die Zukunft würde ich mir wünschen Skifahren in den Alpen. Mein spannendstes Projekt war eine Logistikplanung in Österreich. Mein Lieblingsnack auf Arbeit sind die Drachen zum Panic G. Ich arbeite mit allen Loxoern zusammen. Wir sind ein Team. In dem Programm ZW Cup bin ich glaube ich am Fertesten. Mein Lebensmotto ist Stress macht man sich höchstens selbst. Mein Team in drei Worten kompetent, hilfsbereit und weltklasse. Zu meinem perfekten Arbeitstag gehören Kaffee, Snacks und gut laufende Projekte. Meine Logistik-Marke ist, dass sich alle Kollegen bei Laune halten. Dass ich beruflich nicht spinnen, ist super so. Logistik-Superkraft ist vor allem der Team-Spirit.